So, Hallöchen, da sind wir wieder herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Zone 5. Ich fahre schon bald dabei weiter. Ja, Mission 24. Wir müssen zwei Zivilisten rausholen, die damals in diesem Kraftwerk schafft haben. Jetzt wurde eine weggebracht. Die eine, den anderen haben wir schon in der letzten Folge rausgeholt. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier. Wir fahren hier weiter. Wir werden natürlich keine Zeit verlieren. Hier sind wir jetzt, ne? So. Ich glaube, hier steigen wir aus. Hier gibt es, glaube ich, nichts. Ich sage bloß, wir sind da, wo ich glaube, dass wir da sind. Oh ja, wir sind da. So, wir nehmen natürlich hier die Pflanze mit. So leuchtet der Droddel genau auf uns. So, wir haben jetzt die andere Waffe uns kurz noch in der letzten Folge. Wir hören mal diesem Gespräch zu. Was machen die mit der? Jetzt läuft die Auge da rum, oder was? Fuck, wo bringen die die hin? Alter! Die bringen die die da nahe, oder? Außer wir snipen die jetzt wegschnell. Fuck, zu lang gebraucht, Frank-Uli, ja. Zu lang gebraucht. Ach, du grüne Neune! Oh, jetzt juckt der Zinkenehahn rein. So, wie gut ist der Arsch? Fuck, und genau, jetzt muss ich pissen, Alter. Fuck, war das knapp. War das knapp, Junge. Ich glaube, ich muss erst den Typen da oben töten. Alter, den können wir Zoom-Stufe, Alter. Wie geil ist denn die Knarre da? Habe ich Schalter? Jo, habe ich. Da müsste ich halt einen perfekten Headshot machen, ne? Fuck, und jetzt muss ich auch noch pissen, Alter. Na, komm doch her. Oh, ganz ruhig, brauner. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, Glück gehabt. Ich lade mal die Pflicht nach. Ja, der ist okay. Mach dir mal um den Kass Sorgen, nehm ich nur nigerle schnell. Ich lade mal um den Kassel weg. Du bist ja im Alter. Du bist ja im Alter. Komm, ich nehm den mal mit, bevor der wieder mit seiner Pflicht hinterherkommt. He's coming too. Roger that. Funzeln sie jetzt hin, genau dahin, ne? Du Arschbachel. Wie gut ist der? Der ist gut. Ruhig, brauner, ruhig, brauner. Hochqualifizierter Soldat, sehr schön. Kommt, bevor der wieder herleuchtet. Jetzt leuchtet er wieder her. Scheiße. Hier müsste man eigentlich mitnehmen können. Okay. Der hat uns gesehen. Ja, mach das mal. Wie gut bist du, Doldi, eigentlich? Ja, der ist gut, der ist gut. Den nehmen wir mit. Ja, kommst du jetzt raus, oder? Ach ja, immer wieder das gleiche mit denen. Ja, der schaut genau da her. Schaut er wieder weg. So, nehmen wir natürlich noch hier den mit. Jetzt schaue ich nur immer, ob der der schlechte wird. Jo. Ich laufe mal hier entlang. Freunde, der Sonne ist das knapp. Ich glaube, ich mache mal hier die Lampe aus. Wer hat mich da gesehen jetzt? Ach der. Komm da her, freundlich. Ich glaube, ich mache mal hier. Ach der. Verstehen wir mal hier. Oh. Huh? Scheiße, ich müsste den halt markieren, ne? Markieren wäre nicht schlecht, Freunde der Sonne. Oder? Fuck. Genau so habe ich es mir eigentlich nicht gedacht. Scheiße, ich hätte den erst rausholen sollen, Alter. Nein, f*** dich doch, Alter, f*** dich doch. Fuck. Alter, jetzt kommt der nicht über den Felsen, du. Wir haben eine Pflanze, gut zu wissen. Quiet, wo bist du, ey? Alter, wo ist wieder schießen wie die Verrückten? Was war denn das? Fuck, sind die bescheuert? Feuer! So, gibt es hier vielleicht noch was Siegstes? Hätten wir doch das fast vergessen hier. Feuer! Na, dann nehmen wir das doch gepflegt mit. Feuer! Feuer! Boah! Seid ihr bescheuert? Fuck, quiet, Obacht geben. Quiet! Ich muss dir helfen. Scheiße, quiet, Mensch! Scheiße! Scheiße! Fick dich doch! Wow, quiet, quiet! Alter! Shit! Wir müssen den von der MG und wir sind gleich springen hier. Fuck, jetzt habe ich hier echt ein Problem, Freunde. Sorry, aber ich kann jetzt nicht mehr machen als... Alter Schwede! Sehr geil! Okay. Okay. Geh da wo. Geh da wo. Hey. Geh da. Geh da. Fuck. hier läuft gerade alles aus dem rute ich könnte hier mal sehr mal ein wenig unterstützen fack was machen wir denn so außenposten ausgeschalten danke kreuer alle wart gegen hier abgeben hier bist du so jetzt muss ich mich natürlich schicken so mein freund was hast du zu sagen nimm mal den mit eigentlich können wir jetzt frei rumrennen hier quiet so brauner ganz ganz schnell hier der ist nicht schlecht sehr schön jetzt muss ich mich halt schicken dass ich die alle rausholen wie warst du ruhig brauner ja langsam aber sicher ruhig doch jeden hier raus hier warst du gut wenigstens wieder gut ist freunde und wieder gut ist es läuft freunde es läuft sexy hammer so soldat wie gesagt jetzt muss es hier echt schnell gehen ich weiß nicht wie lange die noch hier liegen bleiben bist du gut mitnehmen sehr schön quiet das läuft echt geil mit dir ohne witz das läuft hier wirklich super ohne witz ja wir sind schon geiles team quiet ohne witz die freunde was hast du zu sagen so oder lang haben wir hier nur noch den wie gut bist du und ich nehme zwar nicht mit aber dich befragen wir natürlich auch noch lieben gern so alter schwede alter schwede so dann haben wir den typen da drüben noch das zielpunkt erreicht so wie gut bist du soldat naja ich sag mal so zum befragen langs noch nicht so muni finden wir hier sehr schön so dann hätte ich gesagt feuer frei so wie schauen wir hier nach sehr schön die bauplan gibt es hier nichts ganz hin so nichts wie welche hier hat es wohl nichts zum ganzen kaum der ist aber gut der ist aber gut sehr schön so freude der sonne nehmen wir alles mit treibstoff yes edelmetall so war das was war das zweit jetzt jetzt habe ich da doch nicht so ganz aufpasst haben wir hier noch was nein wir gucken mal bevor wir hier weiter gehen hier haben wir noch treibstoffressourcen was bringt hier auf so treibstoff sehr schön oh ich traue dem ganz nett ich glaube da unten ist vielleicht auch noch was oder nein ok 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 dann gucke ich mich mal hier noch um hier ist aber soweit ich sehen kann nix mehr dann schaue ich mal hier unten nach so hallöchen na wer sagt es denn wer sagt es denn sehr schön dann haben wir hier eine pflanze und hier haben wir geschmackhafte pflanzen ja dann nehmen wir hier die man mit alle so ich glaube da muss ich hier raus so viel ich weiß da ging es nämlich da oben raus kommt es in die manu mit alter dieses mg ne wir hätten das vorhin mitnehmen sollen das hat richtig schaden gemacht also wie die da auf uns losgegangen sind wahnsinn was haben wir noch zum looten hätten wir hier noch unkraut gebiet von wildtiere marke ist natürlich schön so freundin war halt bei dir alles okay soweit oder hier sind schon wieder so viel hier irgendwie aber wir nehmen aber das mal hier mit so dann nehmen wir das noch auseinander sehr schön wo waren jetzt die container noch mal ach wieder alles vergessen hier von tonia nehmen wir natürlich alles mit so ja es dauert halt immer alles ein wenig ne bis wir das alles gut bekommen aber wir kommen in der ganzen sache hier ein bisschen näher grad das war sie jetzt kann ich den karton mitnehmen jeder kann ich ja hin eigentlich dann nehmen wir hier alles mit natürlich treibstoff so meine liebe und papa ist ja gleich da ja ich komme schon ich komme schon hier müssen wir noch rein tatsächlich freundin tatsächlich so ansonsten eigentlich nur noch hier rein ne so ansonsten eigentlich nur noch hier rein ne ma'am du bist in sicherheit wie gut bist du ja es tut mir leid jetzt bleibst du noch mal hier drin denn wir nehmen hier nochmal den c4 das können wir auch mal herstellen ne c4 so ich nehme dich mal und wir haben hier tatsächlich noch was was wir noch nicht gelootet haben so zielpunkt erreicht aber was war das hä ach das energiesystem okay ja das haben wir ja schon dann hätte ich gesagt nix wie raus hier mit dem heli also wir haben gar nix ne fuck wir haben gar nix geschafft ja nur die zwei feindlichen äh ne feindlichen die beiden zielisten rauskommt ja und das ist auch sehr mutig hier ne okay quiet quiet kommt der heli ja da hinten kommt er ich lade nochmal nach alter schwede du ey die haben uns richtig überranken ne warte mal wieso haben die da tschuldigung nehm ich leg dich mal kurz dahin ich frage mich wieso das hier macht hier das sorry hat mich ein wenig gestört so meine liebe sie sind in sicherheit was war das für ein riesen vogel grad yes yes freut mich so tier credit hoffentlich ein tier wo wir noch nicht gehabt haben das 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 ist das ist das das ist Yeah! Alter! Willst du mich verarschen? B! Entschuldigung, 172 Stunden? Du bist doch bescheuert, ey. Alter Verwalter, so Hieronymus, sind wir bei 118.745. B! ja das wissen wir ja super voll seltenes viecher rennmaus kaiserskorpion haben wir den schon ich weiß es nicht den haben wir auf jeden fall schon trompetenhornvogel so elitesoldat was haben wir denn hier a plus wir haben doch auch einen s wir hatten doch auch einen s jetzt schau ich mal und hätte wäre ja schon längst da wo ist denn der s-soldat freunde so jetzt kombiniert die ganzen a plus maschinengewehre schütze künstlich aus künstlich aus so klicken wir mal hier schon weiter alles wir wollen ja sagen wir sind interessiert ja 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 das hätte ja gar nicht mehr auf die hat doch schon auf hier sehr schön zweimal die noch werden wir machen das aber dann alles in der nächsten folge denke ich mal ich denke ich würde es jetzt gewesen sei oder was ist back let's go refuel and load up on artillery we're good to go chief what's the matter we're good to go we're good to go we're good to go we're good to go stop it now we're good to fuck we're good to Geh mir eine Hand! Halt sie noch! Dismissed. Payback for how they treated her? Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tighten security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. Alte Verwalter. About Eli. I heard that one product of the Les Enfants Terribes project went missing in Africa. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli. But I want to run a genetic test all the same. Don't worry. I'll have it done without him noticing. The test may take some time. But I'll tell you as soon as we have the results. Ha, wir haben ja Zeit. Ach, das werden sowieso über 600 Folgen werden. Wir haben Zeit. So, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Alter. Was war denn das jetzt? Quiet, Rent, Amok. Ey, wie krass war denn das, Alter? Wo ist das Messer? Ah, und dann die Zähne weggesprungen. Alter, ist ja eklig. Ich glaub, das mach ich als Sand, ey. Ach, alter Verwalter. Quiet, Rent, Amok. Was war denn das für eine Szene hier? Warum? Wieso? Weshalb? Es war jetzt immer so loyal zu mir. Wir haben in der letzten Mission richtig gut zusammengearbeitet. Also besseres Teamwork kann man nicht machen. Also Schwede, und jetzt spinnt ihr auf einmal so. Was geht da ab? Na ja, wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer schauen. Was da Quiet, ja, was das da auf sich hatte mit Quiet. Und ja, lassen wir das mal sagen, Alter Verwalter, du. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, ne? Morgen dann schon wieder. In diesem Sinne, macht's gut und tschau, servusle.